Moin, hier ist der Tim von Baerpo und zwar heute geht es um die Zielbilder. Um ganz ehrlich zu sein, so neu sind sie nicht wirklich. Sie sind ja schon ein bisschen auf dem Markt. Es gab aber den Wunsch, dass wir noch mal ein Video machen und deswegen schauen sie wir uns einmal an. Und zwar Zielbilder zu verbessern war uns irgendwie schon immer wichtig aus einem einfachen Grund. Die Dinger hängen überall. Vor allem hängen die draußen in der Natur. Deswegen haben wir sie ein bisschen verbessert und was das genau ist, zeige ich euch jetzt. Zum einen haben wir in der Produktion angefangen, die zu verbessern, indem wir sie klimaneutral gemacht haben. Klimaneutral, ich glaube für jeden da draußen absolutes Thema. Die Umwelt leidet mit uns ein bisschen und deswegen haben wir gesagt, dass Baerpo in einem ganz kleinen Rahmen mal einen großen Einfluss machen möchte. Das zweite Thema war einmal die Qualität. Viele Zielbilder da draußen sind so ein bisschen, ich übertreibe das zweifache Kopierpapier, also einfach ein bisschen dicker und wir haben gesagt, die müssen von der Qualität besser gemacht werden. Also benutzen wir 250 Gramm schweres Papier pro Quadratmeter und das Coole ist, die haben noch eine andere Oberfläche und zwar haben die eine Folienkaschierung. Was bedeutet das? Die Folienkaschierung hat zwei Aufgaben. Zum einen schützt sie die Auflage vor dem Einfluss der Umwelt, also vor Schmutz, vor Dreck und vor allem auch für Feuchte. Das bedeutet zum einen langlebiger und man sieht die Farben besser. Also es bleicht auch bei Sonnenlicht nicht aus. Die Folienkaschierung hat noch einen Vorteil und zwar es ist kein richtiges Trinkwasser. Wir passen ja auf die Umwelt auf und zwar Feuchte ist ein Thema im Wald. Ich schütte hier einmal Wasser drüber. Na, hier kommt's. Und das Coole ist, diese Folienkaschierung sorgt dafür, dass das Wasser nicht aufgenommen wird, sondern es lässt es abherlen. Und wenn man es einmal weg macht, ist das Zielbild einfach nur sauber. Es ist mega, mega genial. Der dritte Vorteil, den wir verbessert haben, ist so gut, dass ein bisschen die Sonne scheint. Und zwar, der dritte Vorteil besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist, dass all die Sachen, die ich euch heute erklärt habe, dass wir die verbessert haben. Also die Folienkaschierung und auch das Mindestgewicht gilt nicht nur für die Featerauflage, sondern für alle anderen Zielbilder, die wir haben. Einmal für die Kids und dann einmal noch für die Tierbilderauflage. Und der zweite Teil des dritten Vorteils, ist eigentlich ein bisschen, ist so eine kleine Story, möchten wir aber unbedingt erwähnen. Weil alle unsere Featerauflagen sind jetzt ganz offiziell Featerkonform. Das ist ein bisschen komplexer, als man am Anfang denkt. Wir haben uns da jetzt durchgewühlt. Wir haben die Sachen angepasst. Wir haben die Grundfläche größer gemacht. Und ihr könnt jetzt unsere Featerauflagen für alle offiziellen Feater Events nutzen. Ihr merkt, eine bessere Zielbildauflage sorgt nicht unbedingt für einen besseren Treffer. Das überlasse ich aber in Zukunft besser euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bogenschießen und genießt vor allem in der Zukunft das schöne Wetter. Macht's gut. Ciao.